oh mein gott und wie man es auch hört schön hören kann man kann keiner jetzt hat sie jetzt kommt jetzt kommt es sein ja gut ja der wand das gehen mein name mexiko der name ist auf jeden fall was für juli an der stelle und diese youtube-namen verboten hat die kommen so dummen namen vor diga hab ein ich hab'n sogar noch alter ich hab'n sogar noch alter ich hab'n der beste ich weiß ich weiß ich weiß so und dann ist das jetzt gesagt monto du bist der beste oder oder dingen hast du dingen fick deine mutter sohn wer macht das an meister 08 nein ist das meister für mexico ja ja so gut gemacht wie heißt es hier wenn das klingt verdächtig ja geschützt gleich einfach so viele geile minis weißt du weil er gesagt du rich bist cool einfach so viele minis mitnehmen wie es geht cool zwei stück verpässt dich abbeweis einmal gestimmt cool ich weiß doch das cool verpässt dich du an ey das ist so geil das hat so gerade so gefasst ich glaube dein panzerkotter leiden mir kurz aus mich leiden kurz aus ey monte sieht das aus wie ein der die stadt an so geil monte sagt einfach so macht er das an aber was machst du anzünden 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 vorm raus da wir haben die perfekte holen wir neben dir noch verpässt dich ne der ja ja was ist das für ein wichsgeräusch das ist joko vom panzer mach du scheiße ich weiß monte komm rein verpässt dich du finger finger fingerpum 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 fischerpum ich schwöre ne wir müssen noch eine runde mit dich zocken weil wirskin die runde zocken ich schweirteen für monte im monte Diga im monte glaub verpässt dich kannst du noch was anderes sagen finde die mora um mirきört finden das hat doch gar nicht dear Sorry Alter du monsters machen auch jnee monte Hilfe komm mal her jetzt ja das ist Schluss mit lustig. Digga woher? Mordet du? Das ist richtig! Ach Digga was fürn Chaos-Druck, ihr könnt ja gar nichts. Ohhhh, also ziel. Na das Auto, das geht hoch. Die haben einen A-Trick, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was machst du denn da jetzt? Aber ein Essen von euch. Er ist jetzt gleich weg. Wir sind tot. Ja, genau. In dem Sinne wieder schauen, reingehauen wir uns. Habt ihr echt gedacht, das ist ein Sound-Bot? Was? Ganz dringlos, Mann. Nee, nee. Du sagst, ob Montel in unserer Runde war, Digga. Stimmt, ich spiel nicht mit euch. Mit Geringverdiener nicht, wie der Kollege eben gesagt hat. Digga, mach was du willst. Hör doch auf Digga, spiel auf eh nicht so eine Runde. Ja, neue Spieler, nee Digga. Digga, das war so eine unangenehme Runde. Das war so eine unangenehme Runde, Digga. Hallo? Hallo Nebeladler, kannst du was sehen? Perfekt. Hallo? Hallo? Bist du der Nebeladler? Nein. Was? Nein, nein, bin ich still. Bist du Ryan? Ja, ja. Kann ich mal einen Ryan stecken? Hallo? Wie alt ich bin? Ja, ich bin alt. Mitte 20. Mitte 20. Aha. Und du? Ich bin 13. 13? Ja. Oh, das geht doch aber. Ja. Wo kommst du her? Aus Rheinhausen? Was? Achso, nee, ich hab hier gerade mit meinen Kollegen gesprochen, sorry. Und wie geht's dir? Mir geht's dir. Ja? Heute schon eine gute Tat gemacht? Ähm, noch nicht mehr. Also hast du noch kein reines Gewissen? Ich bin jetzt, äh, nicht mehr Schiff. Oh, hinter uns? Hast du den? Sehr gut. Ja. Ja. Bei mir ist noch ein Gegner. Tot? Die sind noch ein Gegner? Ja, komm. Ja. Einer hat gedauert bei mir. Noch oben vom Berg irgendwo. Ich lass kurz meinen Schild laden. Die sind da hinten? Na ja, ich belief ihn hier gerade kurz, der Nebeladler. Der hat keinen klaren Blick. Achtung, Granaten, Granaten, Granaten. Ich versuch mal abzuhauen. Hier, Minis sind hier bei mir. Die tag ich mal ganz schnell. Pass auf. Sehr gut. Oder bei irgendjemand macht das Mikrofon komische Geräusche. Nebeladler, ist dein Mikrofon ein bisschen komischer? Ja doch, das seins. Ich hör's auch. Ich hab diesen Springer. Was mit deinem Dings los, Alter? Nebeladler, das Mikrofon gehört vor dem Mund nicht in die Arschritze. Nicht auf dem Mikrofon kauen. Mr. Fingern pro Mexiko. Hast du ein bisschen Muni für mich? Was für Muni? Ne, oder? Ach doch, hier. Kannst du ja in deinem Magazin reinstecken. Ja, aber wirklich. Die Witze sind wirklich unwitzig. Ich bin nicht witzig? Nein, die Witze bin ich nicht witzig. Bruder, gönn mir doch mal die Witze. Ja, ist okay. Musstest du dir das oft anhören? Ne, eigentlich nicht. Dann geht's doch. Ja, aber... Stört dich das? Nein, aber... Nein, aber... Ich hab's einfach nur ungesteckt. Weil ich so... Bruder, ich muss dir ganz hart auf hart wirklich ehrlich sagen. Bitte das Mikrofon vom... Also nicht in den Mund stecken. Weil das hört sich so an. Ist das besser? Ja. Also alles hört sich besser an als das Mikrofon vom Nebeladler. Also ich weiß nicht, in welche Atmosphäre der gerade fliegt, aber da ist ganz schlechter Empfang. Machst du? Ah, scheiß auf. Wollen wir mal Richtung Sonarino gehen? Ja. Wollen wir jetzt in den Arm wo Gegner, glaub ich. Digga, was macht der Typ mit seinem Mikrofon, man? Steck das scheiß Ding ab, das ist... Belästig. Zeig dich an wegen Körperverletzung, Junge. Ist ja unerträglich, man. Manchmal ist es dann besser einfach... Digga. Wollt ihr den... Achso, ne, jeder hat ja die Dings, ne? Wer hat die Dings, die Marke? Achso, der ist schon wieder da. Ach, Digga. Alles gut. Der ist schon wieder da. Ryan, wo kommst du denn her? Ah, ja. Hab ich schon von gehört. Danke dir, Bruder. Kuss. Was ist? Wo kommst du her? Wie bitte? Ach, scheiß auf dich, Digga. Nein, ich hab mich verstanden, sorry. Also wenn ich jetzt noch ein drittes Mal frage, die sagt wieder wie bitte, dann dreh ich auch durch, ey. Ja, tut mir leid, sorry, ich hab dich verstanden. Wo kommst du her? Aus Aschaffenburg. Aus Aschaffenburg? Nein, aus welcher Stadt meinst du? Nee, Digga, ich meine aus welchem Land. Ich hab gedacht, du kommst aus Afrika. Komm ich raus. Ja gut, alles klar. Aus Marokko, Digga. Ja. Ja, ja. Vor mir sind Schüsse direkt. Also ich komm aus Frankfurt, hab ich auch schon gesehen. Wer hat gefragt? Ja, das ist doch in Frankfurt, das ist doch nicht. Da ist gut. Man sieht die so neu hier. Ja, ich seh die auch nicht. Nebelatler ist hier unterwegs. Ja, ich seh sie, sie laufen links rüber, da. Drei Leute. Einer rotiert über die rechte Seite. Ja, das ist halt einfach, also man sieht nichts. Aber einer ist so totes One-Shop da. Da hinten kämpft einer. Unter mir ist noch einer, ja. Oder was ist denn was? Einer ist da drin. Einer ist da drin. Rift. Er ist tot. Sehr schön, Digga. Sind das Bots, die da schießen oder sind das noch Gegner? Hier waren nämlich eben auch noch Bots unterwegs. Ich glaub, ich glaub das sind Gegner. Ja, da oben. Ja, lass das mal rausrotieren. Falls ihr noch eine vernünftige Strohflinte seht. Sag mal Bescheid, ich hab mal so ein Scheißding. Ich hab auch noch einen Rift to go, also wir können auch schnell flüchten, theoretisch. Hast du noch AR-Munition? Ich hab nur 44 Schuss. Ich hab auch einen. Nein, ich hab keine. Achso, okay. Ich hab nur, ich hab immer nur eine Pumpe. Wollen wir sonst einfach den Rift nutzen und in die Zone fliegen? Lass nicht weit, lass gehen. Okay. Die haben auch Auto, wenn ihr wollt. Äh, Auto fühl ich jetzt nicht so. So Nebel Adler, jetzt kannst du mal versuchen zu reden, man. Jetzt ist die Stimmung beruhigt. Perfekt. Links von uns Schüsse. Ja, die sind da. Ah, ja. Scheiß auf die, lass in die Zone. Man kann ja theoretisch gesehen ein bisschen abfangen. Die müssen ja zu uns gleich. Oder sind die noch in der Zone? Ich glaub nicht. Nein, nein. Die sind da, die müssen gleich kommen, die fighten aber. Ich mein, wir könnten die Zipline da hochnehmen, ne? Können wir auch machen. Oh, die sind geriftet, glaub ich. Ja, das sind vier Stück oder so. Siehst du die in der Luft? Ja. Ein minus 32. Ich seh gar nix, Alter. Ah, ja, da. Ah, mit Auto. Ja. Hinter dir? Ja, hinter uns, hinter uns. Ja, ja. Ach, ich bin tot. Ein ganzes Team hinter uns, Jungs. Schmutz. Nee. Einmal her, Mann. Alle tot, oder was? Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, Jungs. Ja, auch. So, so. Na ja, das war ja klar, das, also der, das war ja schon, also das war, das war offensichtlich, dass die, die mich erkannt haben. Aber es war trotzdem eine schöne Runde, Digga. Aber die Mikrofonquartip, Bruder, ich hab wirklich, das hat mir fast das Trommelfell weg, weg gepustet, ne? Bruder. pointers vor überdem ich dich heraus, habe ich auch schon gesagt, But, cuando das... But, esgar eine ja Gott.